Der Herzog von Sussex hat die letzten Wochen auf einer Reihe von Solo-Terminen ohne seine Frau Meghan Markle verbracht. Prinz Harry hat mit seinen Solo-Terminen möglicherweise eine persönliche Botschaft an seinen Vater König Charles gesendet. Der 40-jährige Herzog war in den letzten Wochen auf Reisen und hat New York City, Großbritannien und Afrika besucht. Im Namen von Slingo erklärte der ehemalige königliche Butler Grant Harald, der zuvor für Charles gearbeitet hatte, Diana war eine große Verfechter in so vieler Wohltätigkeitsorganisationen, und Harry wurde davon inspiriert. Auf dieser Reise hat Harry über seine Mutter und ihr Vermächtnis gesprochen, und es ist definitiv eine Hommage an sie. Aber er hat auch leidenschaftlich über den Klimawandel gesprochen, ein Anliegen, das seinem Vater sehr am Herzen liegt. Ich habe keinen Zweifel, dass er auch seinen Vater ehrte. Er liebt und respektiert Charles und empfindet große Bewunderung für ihn. Ich glaube, er wollte rausgehen und seinem Vater seine Unterstützung zu sichern, und vielleicht hofft er, dass Charles das sieht und ihn unterstützt. Drei Worte des ehemaligen königlichen Butlers zur Frage, ob Prinz Harry zur königlichen Familie zurückkehren wird. Ein ehemaliger Butler der königlichen Familie hat sein Urteil darüber abgegeben, ob er glaubt, dass Prinz Harry in die königliche Familie zurückkehren kann. Dies geschah, nachdem der 40-jährige Herzog die letzten Wochen damit verbracht hatte, eine Reihe von Solo-Terminen in New York City, Großbritannien und Afrika wahrzunehmen. Obwohl man davon ausgeht, dass Meghan Markle nicht an der Seite ihres Mannes war, da sie stattdessen zu Hause bei den Kindern des Paares in Montecito ist, glauben manche, dass dies der Beginn von etwas Neuem für das Paar sein könnte, da sie beruflich ihre eigenen Wege gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017